Ich zeige euch den neuen Current Boatschuh von Sims. Wie der Name schon sagt, wird gemacht für die Bootsfischerei. Der Vorderteil ist ohne Nähte, damit sich nirgends eine Schnur verfangen kann. Sehr klassisch sauber gemacht. Schöne Ventilationen eingebaut auf den blauen Stellen, damit sich der Fuss gut auslüften kann im warmen Wetter. Man kann den Schuh so runterklappen und nur als Schlüpfschuh, nur zum Reinschlüpfen brauchen. Oder ganz normal als Schuh rein und dann mit dem elastischen Bindesystem einfach zuziehen. Was wirklich ein wichtiges Detail ist, ist diese kleine Tasche. Wenn wir den Schuh gebunden haben, können wir den Verschluss dann unter diese kleine Tasche schieben. Alles ist schön verpackt, sodass ich nirgends eine Fliegenschnur verfangen kann, wenn sie werfen. Die Sohle ist eine nicht markierende, sodass sie ihr Guide auch schön in Ruhe lässt auf dem Boot. Sie hat diese wellenförmigen Profile eingeschnitten, damit, wenn sie eine nasse Oberfläche haben, damit sie nicht wegleiten. Ist also auch sehr sicher dieser Schuh und speziell gemacht für diese glatten Oberflächen, damit sie stabilen Halt haben, wenn sie im Drill mit einem Fisch sind oder auch so auf dem Boot. Das ist die Herrenversion, schön blau-grau. Und dann gibt es auch den genau gleichen Schuh in der Damenversion. Schön farbig und natürlich in Damengrössen. Musik 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 Musik